Warte kurz, warte kurz. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Ich zeige nur noch eine Shop schnell. Auf jeden Fall ist Enter auf R jetzt noch am Start und Dominik. Moin. Moin. Moin, Moin. So. Aber hoffentlich wird der Shop nice. Ja, ich hoffe auch, dass der Shop gleich nice wird. Ja Leute, am Hype, schauen wir mal rein. Okay. Warte, 20? 20 Sekunden noch? Lass ab 10 runterzählen. Ja, okay, easy. Nein, nicht. Nein, lasst. 10, 9, 8... Ah, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Soll der neuer Shop gerechter. Und neuer Shop. Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Dieser Skin soll reinkommen. Jawohl Skin. Iiii, Leute, sorry. Aber der Skin. Ich hab zu wenig. Dieser Wark Skin sieht aus wie hier. Der gefällt mir zum Beispiel gar nicht, Leute. Das ist ein Grund, verbesserlich. Der Wark Skin finde ich auch nicht geil auf jeden Fall. Ich hab zu wenig. Den Skin Zero, ja, eigentlich auch nicht. Ich hab zu wenig Wark's. Shit. Ikonenreihe, lol. Der Tanz gefällt mir auch, ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht. Sirene. Ja, die sind Crazy Boyer Mode. Schalenschläger auf jeden Fall. Richtig der Pickaxe Wendy. Weißt du was? Und Deckeltritt ist ja einer meiner Lieblingstanzer von den grünen Emote Haar. Den gönne ich mir jetzt nicht. Auf jeden Fall, Leute, das ist der Shop. Ihr seht hier. Und da ist ein anderer gleich geblieben. Crazy Boyer. Crazy Boyer finde ich jetzt nicht so nett. Wird man in der Animation immer den Deckel dreht hin? Ja, Leute. So. Jetzt ist Vorteile. Und wenn nicht abonniert und liked, der kriegt Schelle. Albanische. Mit Spucke drauf. Und ja. Leute, das war die Spaß. Ja, Leute. Auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr morgen beim Last-Stream wieder dabei seid, wenn ich eine mache. Und alle, die dabei sind, sind die Ghostern-Männer. Und haben eine Chance, auf etwas zu gewinnen. Ja, Leute. Das war's. Haut rein, Leute. Morgen streamen wir auch Modern Warfare. Also Warzone. Wenn irgendwer will, einfach sagen. Let's go. Also tschau, Leute. Schlaft gut. Bis morgen. Zu viert spielen. Und schlaft, Leute. Tschüss. Schlaft gut. Das ist schon beendet.